Pfefferkuchen 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 Uhu, da schaut eine alte Hexe raus. Sie lobt die Kinder ins Pfefferkuchenhaus. Sie stellte sich gar freundlich. Oh, Hänsel, welche Not! Ihn wollt sie braten im Ofen braun wie Brot. Doch als die Hexe zum Ofen schaut hinein, hat sie gestoßen von unserem Gätelein. Die Hexe musste braten, die Kinder gingen nach Haus. Nun ist das Märchen von Hans und Gäte aus. Gätelein Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017